Wir öffnen heute direkt die nächsten Türchen. Jetzt bin ich ja immer noch in der Vergangenheit. Demnächst müssen wir uns ein bisschen gedulden, bis wieder drei Türchen am Stück geöffnet werden können. Und zwar jetzt die Türchen oder Pakete von 4, 5 und 6. In Paket 4 haben wir 200 Pferde-Erfahrungspunkte. In Paket 5 haben wir 200 Jorvik-Schillinge. Und was war am Nikolaustag oder wie man bei uns im Siegerland sagt am Glorstag drin? Bin gespannt. Hufeisen. Und zwar mit Rennwerten. Überall plus zwei. Ich glaube es gibt auch welche, wo ein bisschen plus drei drauf ist. Ich bin bei den Hufeisenwerten gerade nicht so ganz im Bilde. Aber über zwei Geschwindigkeit geht es auf keinen Fall. Das heißt mit den Markenhufeisen hier seid ihr auf jeden Fall gut beraten.